Das ist jetzt noch ein anderer von mir? Ne, natürlich nicht. Oh, morgen. Ach, stechst mir doch meine Karte nicht alle weg hier. Meine Fresse, ey. Bei Kämpfen muss ich leider immer noch ein bisschen Klappe halten, weil ich mich nicht ansteckte. Naja. Okay, irgendwie muss ich die Dingens wegkriegen. Nicht mal, wie es aussieht. Ja. Ja. Ha. Ja. Ha. Ha. Fire. Freeze. Power. Ha. Ha. Natst. Ha. Heal. Fire. Ups. Ach komm schon. Ich bin ein Wettbewerb. das war mal echt kein guter kampf absolut nicht träumt schlag 20 bis 23 aber doch keine möglichkeit das ergibt natürlich sind wir brauchen sie ja den schluss anfangs und die magier und von dem haben wir drei nehmen wir den nehmen wir den hier es um öffne dich und so Und das scheint eine kleine Versammlung zu sein. Eine kleine Versammlung zu sein. Und was ist denn der Anlass? Dann muss der Prozess sein, von dem das weiß ich ja nie nicht entsprach. Alles dir ist klar, was dir vorgeworfen wird? Natürlich nicht. Ich habe nichts Unrechtes getan. Spiel hier nicht, die Unschuldige. Mir wird vorgeworfen, den Herzlosen geholfen zu haben, die mein Königrecht bedrohen. Und wo sind die Beweise? Die Beweise? Die habe ich alle vergessen. Das ist der Beweis. Denn du, Alice, hast mir meine Erinnerungen geraubt. Ihre Majestät muss ich erinnern, damit wir das Reich von den Herzlosen befreien können. Das ist ein schweres Verbrechen. Das ist ja so ungerecht. Also, Königin, hin oder her. Ich kann doch nichts dafür, dass ihr euch nicht erinnert. Meine Frechheit. Du sprichst hier mit der Herzkönigin. Und ich hätte dich laufen... Und ich hätte dich laufen lassen, wenn du dich gleich entschuldigt hättest du 37. Wer ist hier dreist? Ah, Sora? Das Gericht hat ein Urteil gefällt. Ab mit ihrem Kopf. Moment. Der Prozess ist eine Farce. Ihr solltet nachforschen, bevor Unschuldige verhaftet werden. Wie meinst du das? Weißt du, das alles hat mein Gerichtnis nicht gestohlen? Dann weißt du also, wer der wirklich Rettertäter ist. Ich, äh, ich, äh... Sprich, sonst heißt es ab mit allen euren Köpfen. Raus damit, wer ist der Dieb? Äh, äh... Ich bin der Dieb. Und wie mein? Oh, was wirklich? Ja, schlicht nicht, aber was hätte ich sonst sagen sollen. Das ist echt verquessere. Karten, schnapp sie! Äh, na toll. Ich hab nicht damit gerechnet, dass direkt ein Kampf kommt. Wurde ich durch das Level abgeheilt? Ich glaub nicht, ne? Wenn nicht, dann ist das echt doof. Okay. Ja, der mir jetzt... Ich doof guck. Wurde ich... Wurde ich... ... ... ... ... Aua, Mensch, lass mich doch mal in Ruhe, Typ. Oh, I'm not serious. Oh, what? Oh, I'm not serious. 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 I'm not serious. Oh, das hat man erst schon verbraucht. Okay, das erklärt einiges. Ach komm. Power. Fire. Heal. Goofy. Oh. geht doch geht doch man so oft gestochen haben wartensoldat oder so vielleicht hey wo ist anis aber hier nicht hier wurden übertrumpft läuft ok schlüssel der fügung ja dann hier drüben sein gehe ich mal voraus ok ach mist naja Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Hat das mal gereicht? Oh, wow. Ich bin überrascht und nicht im positiven Sinn. Ich bin überrascht. 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 Oh, das ist ein Loli. zu 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 so ein bisschen heilung sehr schön nur mit ist nicht